Pro Dingens, pro Festung, weil man will natürlich normalerweise auch neue Einheiten ausbilden. Nur in dem Fall, naja. Geht das nicht anders, weil wir sollen ja das Mischungslöffeln. Und noch mehr Pferde. Der könnte irgendwo ein Lest sein. Ja, nicht zurückfallen! Folgt mir! Ach, ein Fällnis-Land. Sie haben uns schon zu lange verspottet. Lass keinen am Leben! Oh, oh. Verteidig dieses Land! Ja! Oh! Schön, wenn Kavalerie ist, wenn man geht durch den Druck mal richtig gut durch. Los! Los! Unsere Truppen werden angegriffen! Nervtöten wird's nur, wenn halt die Gegner schneller pumpen, als man selbst truppen, den man lehnen kann. Rückzug in Richtung der Gegner, ja. Wenn sie Urlaub-Gruppe loswerden, sonst habe ich die ständig am Hals. Dann kommen schon die Nächsten. Für den König! Oh, hierhin! Unsere Truppen werden angegriffen! Sie haben uns schon so lange verspottet! Bleibt zusammen, Männer! Ich habe Barte viel zu schnell. Für Herr und Land! Mach schon! Hätte direkt angreifen sollen, ich gebe es zu. War eine blöde Idee! Komm schon, zur Fallschauen. Da ist der erste Trupp, verdammt! Lasst keinen am Leben! Unsere Truppen werden angegriffen! Fordert dieses Land zurück! Für den König! Reihe neu bilden! Beeilen wir uns! Attacke! Reiter der Mark! Jetzt kann er dann nichts mehr neu aufbauen. Das ist mal ein Vorteil davon. Für den König! Halte die Augen auf! Und wir können das dann auch einnehmen. Hey, unsere Feinde! Sie sind hier! Jetzt wäre das Behoffene deiner Bauern vielleicht nicht so schlecht. Der Feind ist vernichtet. Was? Wie jetzt gewonnen? Hä? Ups! Das ging ja schnell! Hoppla! Das Elbenreich Lothlorien. Lange Zeit ein Ort des Friedens und der Schönheit. Wird nun von Saurons dunklen Horden bedroht. Das ihr seht schon, man wird da schön durch die Kampagne gereitet. Man kann aber immer wieder so Dinge auswählen, in welcher Reihenfolge man sich machen will. Was ich persönlich ehrlich gesagt nicht schlecht finde. Also richtig gut. Los! Der Feind ist im Nordwesten durchgebrochen. Schnell! Lauf! Schnell, wir müssen Lothlorien erreichen. Sie sind überall! Da sind sie! Macht euch bereit! Schnell! Beschützt die Gemeinschaft! Vernichtet die Orbs! Wir müssen zusammenbleiben! Hilfe! Elben schmecken wie Menschen! Wir werden angegriffen! Wenn man übrigens den Baldrockfeuer nicht besiegt hätte. Wir müssen die Wälder schützen! Würde jetzt Skandal fehlen. Wir müssen die Wälder schützen! Wir schützen unsere Heimat! Kleiner Dings. Zwei Punkte, ich brauche mal mindestens drei. Okay. Wir dürfen nicht warten! Sollten wir auch noch hinkriegen. Der Feind wird stärker! Hinterhalt! Das muss der Feind sein! Wir müssen bereit sein! Keine Sorge! Hier ist der Zwerg, der euch rettet! Der Feind! In Deckung Männer! Schnell! Wir müssen Lothlorien erreichen! Seid bereit, Elben! Keine Angst, ey! Wir sind Zwerg, der euch rettet! Ist klar. Wir müssen bereit sein! Wir schützen unsere Heimat! Die Gemeinschaft naht! Hier entlang! Über die Brücke! Wir dürfen nicht zögern! Elbenkrieger! Rasch! Wir brauchen Kasernen, um mehr Krieger aufzuwägen! Seid bereit, Elben! Die könnte ich auch steuern. Sie sind toll. Ich baue in der Kaserne, wo ist meine Basis? Ach. Ach, ich habe gar keine Festung. Der Feind wird stärker! Zieht eure Waffen, Elben! Wir brauchen Kasernen, um mehr Krieger aufzuwägen! Das sind zweimal Böden, oder? Bereit! Bereit! Die Kaserne ist fertig! Jetzt brauchen wir neue Krieger! Äh... Da. Macht euch bereit! Moria-Orks kommen aus dem Norden! Verteidigte Lothorik im Moria-Orks, alle Mitglieder der Gemeinschaft fürs Überleben. Zerstöre die Sägewerke des Feindes. Äh... Seid bereit! Sieht eure Waffen, Elben! Elbenkrieger! Seid bereit, Elben! Was das heißt, äh... Elbenkrieger! Die Sägewerke und so. Wir brauchen mehr Elben! Wir ziehen an eurer Seite in diesen Krieg! Orks, nählen sich der nordwestlichen Brücke! Sammelt eure Truppen und macht euch kampfbereit! Oh-oh! Sie greifen an! Wir müssen bereit sein! Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen! Wir schützen unsere Heimat! Und der nächste Trupp hier hin. Wir müssen zusammenbleiben! Zurück in den... Er hat Tacke nicht durchschalten, so wenn der ist. Hört mir zu! Unsere Truppen werden angegriffen! Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen! Hier entlang! Oh nein! Bleibt wachsam! Hinterlasst keine Spuren! Wir dürfen nicht wanken! Höhentrolle! Sie kommen von Norden! Bereit machen, Bodenschützen! Wir müssen zusammenbleiben! Macht euch bereit! Das könnte sich eventuell noch anhängen, ja. Das ist eine ziemlich starke Belagerung hier. Auch hier ist die Holzfäderlage. Hier entlang! Macht euch bereit! Erstmal die ganzen Ressourcen einsammeln und dann... Wir haben nicht viel Zeit! Wir müssen bereit sein! Der Feind ist unter uns, Männer! Habt keine Angst! Wir müssen nach uns handeln! Der Feind kommt über uns! Vor allem so viele Truppen, wie das in Nordwesten kommen. Das ist doch abartig! Wir müssen das Böse vernichten! Ich werde diesen Feinden niederwachen! Überlasst ihn mir! Wir leiten zusammen! In Deckung, Männer! Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Ich glaube, aus mir wird nochmal was. Ja, höchstens Trollfutter, wenn du da nicht gleich weg bist. Elbenkrieger! Schnell, Elben der Wälder! Wir dürfen nicht versagen! Drei Punkte! Wir sind hier und mit ihr im Nordwesten durchgebrochen! Schickt Verstärkung! Los! Seid bereit, Elben! Bleibt wachsam! Orks nähern sich der nordwestlichen Brücke! Sammelt eure Truppen und macht euch kampfbereit! Macht euch bereit! Elbenkrieger! Ich überlege, die kann doch mit der Information aufstellen! Wir müssen sie wieder schützen! Bereit! Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen! Lasst uns gemeinsam kämpfen! Schnell, Elben der Wälder! Könnt ihr den auch genau zusammenfassen? Ich glaube, dort ist der Feind! Bleibt wachsam! Ich werde nie wieder Elben sehen! Nein! Die Banner sind zerfetzt und die Gefallenen bedecken das Land! Ich habe natürlich die ganze Gruppe wieder nach vorne geschickt! Mist! Schnellsprechern kennt das Spiel ja da nicht! So weit es mir tut! Aber dann werden wir direkt nochmal starten! Ich erlaube mir, das zu verspringen! Da sind sie! Wir müssen rasch handeln! Seid bereit, Elben! Wir schützen die Gemeinschaft! Wir müssen zusammenbleiben! Elben! Er wird es fassen! Wir fallen! Die Leckung, Männer! Rück rein! Geht doch! Geht jetzt! Irgendwie geht's doch! An diesem Mal sollten wir vielleicht das Sägewerk direkt ausschalten! Äh... Ist eigentlich möglich! Oder müsste ich da noch da hinten oder hoch? Ja! Eilt euch! Hier muss vielleicht der Hinterhalt kommen! Geht jetzt! Hinterhalt! Hinfort! Keine Sorge, Herr Elb! Hier ist ein Zwerg, der euch rettet! Unsere Truppen werden angegriffen! Schnell! Wir müssen Lord Lorien erreichen! Ach so, es ist aber wieder nur zwei Punkte! Ist klar, weil wir das noch nicht ausgegeben haben! Äh... Ich will da nicht, ob das wirklich bringt, dass wir da... Ich werde jetzt zuerst mal das Sägewerk rausnehmen! Einfach aus dem Grund, dass wir dann später... Nicht mehr raus können, wirklich! Wir müssen ihre Sägewerke zerstören und ihn weit beschützen! Wir dürfen nicht zögern! Schnell jetzt! Ja! Geht jetzt!